Willkommen zur zweiten Folge vom Minecraft Skyblog. Ich wollte Minecraft Mega Projekt sagen. Dach habe ich mir gedacht. Aber Minecraft Skyblog Leute, diese Spitzhaken sehen in der Truhe aus wie Eisen. Alter. Und es geht hier ganz spannend weiter. Spannend. Wie immer. Mit Common Stone Farmen. Spannend. Oh 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 oh. Wer könnte eine Bambus höchstens die Sticks fahren halten. Sticky Dick Dick. Kann man aber auch die Bambus machen? Boah. Ja, kann man. Lass. Ich habe einen. Ich hätte meinen Beruf. Was? Hier, von meiner. Ich finde es lohnt sich nicht. Der Faden ist zu wertvoll. Ich mache jetzt den schönen Timelap, wie ich einen Fisch fange. Das ist doch nicht der Sinn davon. Oh, ein Rohrlachs. Was? Ja, vielleicht wäre es mal sinnvoll, wenn du mal Holz reintun würdest. Hä? Dann hat man einen größeren Platz. Wir haben einen Almer. Wir haben eine unendliche Wasserquelle. Was willst du denn? Ja, das können wir machen. Deswegen ja. Deswegen können wir das machen. Ja, dann mach jetzt. Ja, ich muss auf eine Schüssel bauen. Ja, wir haben doch einen Almer gehabt. Eine Schüssel bauen. Eine große Schüssel aus Stein hier. Was macht das da? Wie so ein See. Nein, nein, nein. Dann lange ich weiter. Ich drehe noch ein bisschen Flüsch. Mach das. Hallo. Hi. Wann wächst denn dieser Scheiß? Aber es klingt so krass toll. Das ist ein Dachsbaum. Den habe ich von Zalando. Oh, Lachs. Oh, Lachs. Okay, jetzt haben wir eine Essensstellung. Ja, wir haben Stein zum Essen. Oh, Lachs. Kriegen wir die Scheißwässer gejassen? Okay. 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 Also, ich habe jetzt nur die Lava weggemacht, damit es mal ein bisschen dunkler wird. Dann werden wir mal ein paar Monsters durch. Ach so, kriege ich mal drei Koppels dann, wenn du welche hast. Eins, zwei, drei. Oh, ja. Okay, schön. Man kann ja manchmal in Ruhe fahren. Oh, die Melonen können wachsen! Ahhhh! Oh, wir haben schon ein großes Baumwusch. Großes Feuer! Großes Feuer! Ich glaube, du soll ja extra zu bleiben, damit die Monsters bauen. Oh, ich will doch was Besseres bauen! Oh, oh, oh! Oh, nice! Fahren wir sie mal weiter. Halbmond! Wow! Hm? Karas! Karas! Hast du mal einen anderen Planeten vorgeschoben, oder was? Genau so ist es! Kannst du es essen? Kannst du es essen? Ach, wie gut! Ich hab, ich hab zweieinhalb von Mecklen. Oh, geil! Ich bin echt aus! Aber ich esse lieber Fisch! Boah! Uh! Ich fühl mich so, so anders! So, uh! Uh! Krass! Ich hab noch bis jetzt noch gar keinen getötet. Ah! Ah! Oh! Ich dachte, wir sollen dich mördern! Ich hab's nämlich gerade, ich hab gerade verstanden, weil ich nicht nachdenke. Ich hab's doch mal erst mal verstanden, weil ich nachdenke würde seine Mutter im Hintergrund. Ja, genau! Das war auch nicht meine Mutter! War seine Mutter? War seine Mutter? War meine Mutter? War meine Mutter? War seine Mama? War seine Mama? Also, irgendwas hat sie mit geredet. Irgendwas. Hm. Wir können nicht mehr viel machen, oder? Also, ihr könnt als zwei... Jetzt habt ihr die Steine ab. Es lohnt sich, jetzt zwei Sollblätter zu machen? Hallo! Alter! Cool! So, jetzt können wir uns da kommen. Ich hab' ne Abel, ich zieh' hier in die Lava rum. Ich bin alter, wie der Level bekommt, ne? Ah, nee. Das muss weg. Dann wächst das Melone. Christiano, weil der guckt... Da wächst auch... Oh mein Gott! Er hat eine verdauerte Angel. Ja! Die hat Glück des Meeres 3, Reparatur und Haltbarkeit 3. Reparatur? Alter! Ja, Reparatur. Oh mein Gott! Äh... Wir haben keine unendliche Waffensäule mehr. Scheiße! Oh, Claire hat sie noch bekommen! Kann ich ja nicht? Kann ich ja nicht sagen. Alter, Claire ist ja... Ach ja, das steigt ja jetzt. Das steigt ja jetzt immer auf. Stimmt, Alter. Ich hab schon so erschrocken. Ähm... Ja? 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 Ja, guck. So, wir machen mal... Mach mal einen kleinen Füßchen. Komm, jetzt. Irgendwann. Oh, ja! Ich hab Glück des Meeres und Reparatur. Ja, wenn ich mal aufschaut, was ihr da so rausbekommt. Ja, wenn ich mal aufschaut, was ihr da so rausbekommt. Ja, wenn ich mal aufschaut, was ihr da so rausbekommt. Gar nicht. Ich hab ja Glück des Meeres 3. Ja, ist doch herrlich. Ich glaub, da kann ich's drüber. Ich glaub, wenn man Steinen sieht... Also, die wird halt niemals kaputt gehen. Weil ich halt Heilkartei 3 und... Reparatur? Reparatur. Ja, dann geht's ja immer heile, wenn du was machst, ne? Ja! Oh! Ich hab... Du hast ne Suppe! Ein Schutz für die Suppe! Äh, für die Suppe! So, Leute, wir sind dann auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich hab's leider schon überzogen. Lasst eine kleine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Debattora vorbei. Haut rein und ihr angelt dann auch schön zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! maybe 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 Dare